Hallo, hier ist der Alex von UNIQA TV. Heute stehe ich mal wieder vor der Q-Lounge und ich versuche jetzt mal den Chef, den Inhaber ans Mikro zu kriegen und ein kurzes Interview mit ihm zu führen. So, hallo Medi, heute sind wir wieder in der Q-Bar hier. Heute ist sehr voll, das Q ist back sozusagen. Was sagst du dazu, freust du dich? Ich freue mich auf jeden Fall. Also jeder Besitzer wird freuen, oder? Wenn der Laden voll ist. Okay, wie viele Leute erwarten wir denn heute? Also 600 auf jeden Fall. War letzte Woche auch schon so voll? Genauso wie heute. Und die nächsten Wochen, was ist da so geplant? Da sind auch gleiche Veranstalter wieder. Und am 8.10. haben wir auch wieder eine Party? UNIQA TV. Auf jeden Fall, die feinen Leute sollten hierher kommen. Hannover ist fein, das heißt das. Dann hoffen wir mal, dass es so weitergeht im Laufe des Jahres und viel Spaß heute noch. Ich danke dir. Hallo, ich bin der Alex. Wie heißt ihr denn? Leonie. Und du? Chanel. Larissa. Emily. Sandrina. Luzi. Elena. Sarah. Und, wie findet ihr die Party bis jetzt? Gut. Gute Musik. Ja, gute Musik. Ja, die Musik ist toll und viele Leute da. Ist gut. Nette Leute hier. Gute Stimmung. Es ist sehr gut hier. Die Musik, die Leute, alles. Richtig gut. Geil. Ich bin gerade reinkommen. Es ist nicht richtig gut. Die Freude von mir liegt auf um 0 Uhr. Was macht ihr am 8.10. Hannover Feinest. Hannover Feinest. Hannover Feinest. Hannover Feinest. Weißt du, welche DJs da sind? Ja, Glipskind und Martimo. Okay. Fan davon? Ja, auf jeden Fall. Okay. Vielen Dank fürs Interview. Bist du am 8.10. auch hier? Ich komme aus Hamburg, aber ich werde hier sein. Okay. Weißt du, was da ist? Hannover Feinest. Seid da! Und was trinkst du Schönes heute? Ähm, ich habe einen italienischen Weißwein gekauft und das schmeckt eigentlich sehr gut. Meckt gut, ja? Ich bin da nicht so der Weinkenner. Du eher? Ähm, ja. Sehr. Und wo gehst du heute hin? Ähm, am liebsten nach Paris und trink Champagne. Hey, Roderbruch! Ist ein bisschen weit weg. Er heizt Roderbruch. Kennst du ihn schon? Bitte. Kennst du mich? Sag mich. Roderbruch, kennst du mich nicht? Kennst du Roderbruch? Ich kenne Roderbruch, ja. Ja, im Ghetto. Okay. Über den Zwillbussesten. Überall. Ich kenne Roderbruch. Ich kenne Roderbruch.